Kommen wir zur nächsten vereinspolitischen Personalie, da geht es natürlich um den oder die Präsidentschaftskandidatin, denn darüber haben wir schon am Montag gesprochen, das Ganze geht jetzt in die heiße Phase, bis morgen 0 Uhr kann man sich noch bewerben, also ich glaube da zählt der Poststempel, nicht wann der VfB den Briefkasten leert, das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, weiß ich nicht, um 23.59 Uhr noch irgendwie einen Poststempel zu bekommen, dann könnt ihr theoretisch bis morgen 23.59 Uhr eure Bewerbung für das Präsidentenamt beim VfB Stuttgart in Bad Cannstatt einwerfen. Genau, oder direkt in der Mercedesstraße einwerfen und eine Instagram-Story machen, dann zählt da auch der Zeitstempel. Ich glaube, dann zählt sogar doppelt, also das würde ich persönlich bevorzugen, ja, vielleicht mache ich das sogar, nein, Spaß beiseite. Klaus Vogt hat sich jetzt offiziell erneut beworben um das Amt, hat auch einen Tweet abgeschickt, ich zitiere mal ganz kurz, heute habe ich meine Unterlagen als amtierender Präsident zur Nominierung beim Vereinsberat offiziell eingereicht. Und jetzt gibt es eine ganz wichtige Erklärung, egal ob Haupt-, Neben- oder Ehrenamt, ich möchte auch in den kommenden Jahren mit euch gemeinsam den eingeschlagenen Weg weitergehen. Und damit macht er genau das, Sebastian, was du von ihm gefordert hast, nämlich er gibt bekannt, und zwar vor seiner möglichen Ausstellung als Präsidentschaftskandidat, dass er, egal wie dieses Amt ausgeführt werden muss, zur Verfügung steht. Also die Geldfrage, möchte ich mal so sagen, ist erstmal geklärt. Das ist schon mal gut, würde ich sagen. Genau, also er sagt, dass er es halt im Ehrenamt machen würde, aber auch Haupt- oder Nebenamtlich. Und natürlich müssen dann, anders als in dem Bildartikel angedeutet, muss natürlich, wenn es dann am 18. März 2021 zur Wahl kommt, müssen natürlich auch die Mitglieder ganz genau wissen, wählen wir einen Haupt-, Neben- oder ehrenamtlichen Präsidenten. Das musste ja auch vorher ganz klar geklärt sein, aber er hat jetzt auf jeden Fall signalisiert, also er füllt das Amt so aus, wie es der Beirat gerne ausgefüllt sehen möchte. Aber das müsste ja dann vom Vereinsbeirat kommen. Ja, genau, genau. Also ich denke, die werden sich ja in den Gesprächen dann einigen, aber wir erinnern uns dran. Damals bei Guido Buchwald schien das ja der Knackpunkt zu sein, dass man gesagt hat, du kannst es machen, bitte im Neben- oder Ehrenamt. Und er hat gesagt, nee, ich mache das, aber im Hauptamt. Und das war jetzt mal zumindest der Grund, warum er dann ja formell nicht zur Wahl stand. Und ja, dem hat dann Klaus Vogt vielleicht auch so ein bisschen vorbauen wollen. Ja, also das hat er in dem Fall dann auch gemacht via Twitter. Und der Vereinsbeirat-Vorsatzende hat sich auch inzwischen zu Wort gemeldet, der Herr Erhard. Der meinte nämlich, der Vereinsbeirat hat das Präsidentenamt im Neben- und Ehrenamt ausgeschrieben. Vergütungsfragen werden demzufolge Teil der Gespräche mit den Bewerbern sein, die wir im Rahmen des Kandidatenauswahlprozesses führen. Also, dann könnte es, wie du ja schon gerade eben richtig zusammengefasst hast, schon noch sein, dass der Herr Erhard beziehungsweise der Vereinsbeirat zu dem Entschluss kommt, das, was der Herr Vogt sich da so vorstellt, ist so nicht machbar. Und dann wäre die Option für Klaus Vogt zu sagen, ja, dann mache ich es halt im Ehrenamt. Also, wenn man sich jetzt finanziell da nicht einigt, dass es da irgendwie eine Entschädigung gibt. Genau, wobei ich auch der Meinung bin, dass halt ein Präsident von mehr als 70.000 Mitgliedern bei einem Verein mit irgendwie zig Abteilungen sehr wohl halt auch das bezahlt bekommen sollte. Weil man hat ja auch schon gemerkt, wenn es dann im Ehrenamt ausgeführt wird, dann gibt es dann auch Präsidenten, die dann das zwar offiziell im Ehrenamt machen, aber dann doch nicht so wirklich. Ich glaube, in Mainz war das der Fall. Und das Amt ist eigentlich zu groß, finde ich, und zu wichtig, um das halt ehrenamtlich machen zu müssen. Also, das Geld für ein vernünftiges Gehalt sollte dann auch wirklich da sein. Also, mir wäre es halt wirklich deshalb wichtig, damit es dann nicht nur noch Leute machen können, die so viel Asche haben. Genau. Ja, ich weiß nicht. Also, natürlich ist jetzt nicht jeder, der Geld hat, ein schlechter Mensch. Das meine ich jetzt nicht. Aber, ja, also, besonders nah sind die Leute mir dann halt auch nicht. Also, so Wolfgang Dietrichs, die sind, das ist halt nicht der Mann von nebenan oder so. Also, es ist nicht so nahbar wie vielleicht ein Klaus Vogt in dem Fall, ja, oder vielleicht auch andere Kandidaten. Und ich denke mir mal schon, dass das dann auch was mit deinem gesellschaftlichen Status zu tun haben könnte. Ja, muss nicht, aber könnte sein. Aber wo gesellschaftlicher Status, Sebastian, es gibt einen weiteren Präsidentschaftskandidaten. Und da hat man ja auf Twitter einige schon zu lesen, ja, lesen können zu dem Herren. Und zwar Volker C., der Geschäftsmann aus dem Remstal, 56 Jahre alt. Kennst du den eigentlich? Nee, aber ich glaube, die Präsidentschaftskandidaten, die werden hier im Remstal gezüchtet. Also, Wahler hier schneit, ist irgendwie nur ein Steinwurf von hier entfernt. Wolfgang Dietrich in Städten geboren. Jetzt hier, ich weiß gar nicht, wo er geboren ist, aber kommt auch aus dem Remstal, irgendwie Schorndorf gebürtig. Also, das hier ist echt so Anbaugebiet für Präsidentschaftskandidaten. Und der Oberbürgermeister, der es auch versucht hat, der aktuelle in Schorndorf. Der Herr Klopfer. Stimmt. Der hat es auch schon probiert. Also, das scheint irgendwie ein fruchtbarer Boden zu sein, das Remstal. Ja, Volker C. hat sich beworben, ist aktuell schon Präsident des EC Adler Kitzbühel. Das ist ein Eishockey-Verein. Wahrscheinlich ein Ausbildungsverein für Präsidenten oder so. Nein, Quatsch. Ich weiß auch nicht, wie das dann zusammenpasst, dass er praktisch Präsident zweier Vereine ist. Keine Ahnung. Klingt erstmal komisch, würde ich sagen, aber gut. Außerdem ist er auch Mitglied der Atlantic-Brücke. Das macht ihn jetzt bei mir nicht unbedingt sympathisch, muss ich sagen. Aber das ist ja jedem selbst zu überlassen, wie er das jetzt wertet. Und was ich auch noch interessant fand, es hörte sich für mich so an, als hat er bislang noch nicht so das Konzept, mit dem er antreten möchte. Denn er wollte sich wohl jetzt auch nicht vor Ende der Bewerbungsfrist äußern. Und eine Zeitung schrieb, dass er erst nach der Bewerbungsfrist sich Gedanken macht zu einem Konzept, mit dem er dann gegen Vogt punkten möchte. Ja. Okay. Wo? Ich kenne Volker C. nicht. Alle Bilder, die ich bislang von ihm gesehen habe und alles, was man so von ihm lesen konnte, klang jetzt nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wäre jetzt nicht mein Kandidat, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich fand es aber auch auf Twitter teilweise schwierig, wie mit dem Thema Präsidentschaftskandidaten umgegangen wurde. Damit meine ich natürlich jetzt nicht, dass jemand schreibt, der passt ja überhaupt nicht zum Verein oder ich kann mich nicht damit identifizieren, wenn mein zukünftiger Präsident braungebrannt, die Haare nach hinten gegelt, mit der Red Bull-Dose seine Selfies da teilt. Das kann ich alles verstehen. Das finde ich auch ist eine Kritik, die kann man so definitiv auf Twitter loswerden. Aber manchmal fand ich es schon schwierig, wie sich da auch Diskussionen verweigert wurden, würde ich fast schon sagen. Und ich dachte mir dann so, wie kommt das dann für mögliche andere Kandidaten an? Also schon jetzt muss man sich ja die Frage stellen, wer traut sich eigentlich gegen Klaus Vogt anzutreten? Also das kann ja entweder nur jemand sein, so wie jetzt Volker Cäsar, kommt er zumindest mir vor, der einfach mal so ein bisschen ins Rampenlicht möchte. Oder es muss jemand sein, der das letzte Jahr komplett hinter dem Mond gelebt hat und gar nicht einschätzen kann, wie beliebt Klaus Vogt ist. Oder es ist halt jemand, der vom Vereinsbeirat ausgewählt wird, angesprochen wird und dann praktisch von der Seite so ein bisschen unterstützt und ins Rampenlicht geschoben wird. So, und was ich meine, was denken sich jetzt Leute, die sich wirklich mit dem Gedanken befassen, sich zu bewerben? Ja, und die sehen dann diese Diskussionskultur in den sozialen Netzwerken. Finde ich schwierig. Und dann muss man ja dazu sagen, Volker C. ist ja trotzdem VfB-Mitglied. Und dann denke ich halt schon, ja, das gehört halt zur Demokratie dazu, dass es dann Kandidaten gibt, wo wir alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was ist denn das für jemand, mit dem kann ich nichts anfangen. Es ist jetzt aber auch kein Spaßkandidat. Ja, also, was ich damit sagen will ist, manchmal wird mir da zu viel draus gemacht, dass dann halt irgendjemand sagt, er würde gern VfB-Präsident werden. Er wurde noch von niemandem ausgewählt. Gut möglich, dass er überhaupt nicht in die engere Wahl kommt. Ja, also er ist jetzt, so wie ich das mitbekommen habe, nicht der Kandidat des Vereinsbeirats. Da wird weiter gesucht. Das ist auch interessant. Also da wird regelmäßig versucht irgendwie, oder anders, also der Vereinsbeirat sucht aktiv nach Gegenkandidaten oder nach Kandidaten für diese Präsidentschaftswahl. Da werden Leute angesprochen aus Politik, aus der Wirtschaft. Die meisten sagen, nee, lass mal gut sein und keine Ahnung, wo das noch hinführt. Man darf ja auch nicht vergessen, auch wenn morgen die Bewerbungsfrist endet, heißt das nicht, dass der Vereinsbeirat nicht danach noch Kandidaten nachschieben kann. Also theoretisch könnte der Vereinsbeirat auch, keine Ahnung, am 10. Januar kommen mit einem Kandidaten, von dem wir alle gar nichts wussten, und sagen, das ist unser Mann, den stellen wir auf. Zum Beispiel gegen Klaus Vogt. Also das darf man nicht vergessen. Die Bewerbungsfrist bedeutet nicht, dass nicht der Vereinsbeirat noch Leute nachnominieren kann. Und wie gesagt, man weiß, dass der Vereinsbeirat da aktiv auf der Suche ist. Warum auch immer. Man könnte ja auch sagen, wir haben einen guten und wir haben auch jetzt noch einen zweiten Bewerber. Mindestens einen zumindest mit Volker C. Das sollte erstmal reichen. Schicken wir die beide ins Rennen und fertig. Aber offensichtlich möchte der Vereinsbeirat, und das sind mit Sicherheit auch nicht alle Vereinsbeiräte, die das unterstützen, aber zumindest möchte der Vereinsbeirat, der den meisten Einfluss ausüben kann in diesem Gremium, vielleicht dafür sorgen, dass es dann noch einen anderen Gegenkandidaten gibt, außer Volker C. Das ist zumindest das. Genau, aber du hast es ja angesprochen. Nur weil man selbst halt irgendwie jemanden wie Volker C. für den ungeeignetsten Präsidentschaftskandidaten aller Zeiten hält, heißt es ja nicht, dass andere, die vielleicht in der Loge oder auf der Haupttribüne sitzen, ihn für ganz okay halten. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es einen Gegenkandidaten gibt. Und ich fände es tatsächlich auch gut, wenn es ein kompletter Gegenentwurf wäre zu Klaus Vogt, der sich mitgliedsnah gibt und schon lange um VfB rum ist, im Stadion geht. Jetzt hast du einen wie Volker C., der jetzt offensichtlich mal, außer dass er Mitglied ist, mit dem VfB überhaupt nichts zu tun hat. Wobei, da muss man auch sagen, ich glaube, während man für das Beiratsamt zehn Jahre lang Mitglied sein muss, reicht es für das Präsidentschaftsamt. Er hätte auch gestern Mitglied werden können. Das sind Satzungsfehler eigentlich, oder? Es gibt, glaube ich, viele Fehler in der Satzung. Auch, dass wir nicht drüber abstimmen können, wie wir abstimmen wollen, wenn zum Beispiel die Technik streikt. Also die Satzung ist, glaube ich, ein ziemliches Flickwerk. Und genau, also der Herr C. könnte theoretisch vorgestern Mitglied werden und gestern Präsident werden. Das gibt die Satzung her. Und er ist ein kompletter Gegenentwurf zu Klaus Vogt. Und das wäre ja bei einer Mitgliedervorsammlung dann toll, wenn man zwei komplett unterschiedliche Leute hätte. Und nur weil ich halt denke, dass jemand mit einer Vorliebe für Red Bull und Lederhosen komplett falsch am Platz ist, heißt es ja nicht, dass andere Leute ihn für genau den richtigen halten. Und deswegen stimmen wir dann ja ab. Und wenn die Mehrheit denkt, er ist halt der geeignete Kandidat, ja, dann ist es halt so. Ja, müssen wir mit leben. Ich finde, weil du gerade von Satzungsfehlern gesprochen hast, oder ich, das so ein bisschen reingebracht habe, ich finde es halt auch schwierig, dass der Vereinsbeirat nach Ende der Bewerbungsfrist noch Kandidaten nachschieben kann. Das ist eigentlich auch ein Problem. Sollte so nicht möglich sein. Das heißt übrigens nicht, dass das genauso kommen wird. Aber es kann halt eben sein. Deswegen wäre es mir persönlich auch ganz wichtig, dass zeitnah nach Ende der Bewerbungsfrist vom Vereinsbeirat die Meldung kommt, wie viele Bewerber gibt es eigentlich. Und da hat sich ja der Vereinsbeirat auch schon zugemeldet und meinte, Anfang nächster Woche soll darüber informiert werden, wie viele Bewerbungen fristgerecht eingegangen sind und welche Kandidaten dann tatsächlich zur Wahl antreten dürfen, soll im Januar klar sein. Aber die Anzahl der Bewerber, die finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Ja, total. Und die kann man ja schnell, schnell ermitteln. Also da, ja. Ja, am Montag ist das Treffen geben des Vereinsbeirat. Da wird man dann wahrscheinlich einfach mal so ein paar Formalien überprüfen, ob die 50 Unterschriften dann auch wirklich, ob das passt und ob alle Anforderungen erfüllt wurden. Und ich denke mal, spätestens am Mittwoch müssen die Mitglieder darüber informiert werden, wie viele Bewerber gibt es. Das hat ja beim letzten Mal auch funktioniert. Also worum soll es jetzt nicht funktionieren? Und so ein Stück weit macht mir das dann vielleicht auch schon, ja, da würde ich es gut finden, wenn ich dann halt schon weiß, okay, es sind halt eben nur zwei oder drei Bewerber. Dann weiß ich ungefähr, was da auf uns zukommen könnte. Wenn man jetzt hört, es gibt halt nur zwei Bewerber und später wird dann Klaus Vogt ein Kandidat und dann nochmal ein anderer. Dann weißt du zumindest, okay, da hat der Vereinsbeirat halt den Kandidaten Nummer zwei ausgewählt. Und mir als Mitglied ist es dann wirklich wichtig, bis spätestens Mitte nächster Woche, also ich sage mal bis zum 23.12. zu erfahren, wie viele Bewerber gab es und ja, wie geht es dann weiter? Ja genau, da am 23. gespielt wird, kann man davon ausgehen, dass da eher nichts in Richtung Vereinspolitik gedroppt wird. Also ich gehe da fest davon aus, dass man sich da ranhalten wird. Da wird aber das Wochenende vermutlich gearbeitet, dass wir dann spätestens Dienstag dann vermutlich schon was erfahren. Und ich glaube auch, ja, der Vereinsbeirat hat jetzt ja schon ein Präsidentenauswahlverfahren mitgemacht, was ja auch dann von den Fans kritisch beäugt wurde und auch nicht immer für gute Stimmung sorgte. Und ich denke, man hat auch so ein Stück weit da seine Schlüsse draus gezogen, wird hoffentlich das Verfahren so transparent wie möglich gestalten. Aber klar ist auch, Namen wird es, wenn, dann erst später geben. Und auch da ist es ja so, wenn die Bewerber nicht wollen, dass ihre Namen genannt werden, dann können sie auch nicht genannt werden. Insofern werden wir dann auch damit leben müssen, wenn es dann mehrere Kandidaten sind, dann eventuell nicht alle Namen zu hören, was dann nicht daran liegt, dass der Vereinsbeirat uns sie nicht verraten will, sondern sie können es halt dann schlichtweg nicht. Und dann ist es natürlich gut, wenn es Leute gibt wie den Herrn C., der dann vermutlich gerne in der Öffentlichkeit steht und dann publikumswirksam seine Unterlagen einreicht und dann auch sofort einen Beitrag in Stuttgarter Zeitungen bekommt. Das ist natürlich dann schön, weil dann weiß man genau Bescheid.